Sie kennen das Problem. Ihr Mann kocht und, naja, gelegentlich brennt da halt mal was an. Das ganze Haus riecht nach Küche und da bringt auch Lüften nicht viel. Seit Jahren schwören viele Provin-Kunden auf diese Superheldin. Die Airbowl. Es gibt sie in verschiedenen Varianten. Ihr Geheimnis ist ein Superkonzentrat. Provin Pure Air. Das macht die Airbowl zu dem, was sie ist. Ein Duftwunder für ein angenehmes Raumlufterlebnis und noch viel mehr. Das alles hat mit diesem Schaf zu tun. Natürliche Schafwolle kann tatsächlich Schadstoffe aus der Luft filtern. Grund dafür ist ein Wirkstoffkomplex aus Eiweißbausteinen. Und diesen Wirkstoffkomplex hat Provin nachgebaut und verwendet ihn in Provin Pure Air. Das Resultat? Pure Air neutralisiert den Schadstoff Formaldehyd in der Raumluft nachweislich. Für ein verbessertes Wohnraumklima. Provin Pure Air gibt es in vielen verschiedenen Duftrichtungen. Zum Beispiel Wald und Wiese. Oder Pure Air Balance mit einem mediterranen Duft. Oder auch mit blumigem Jasmin-Duft mit Pure Air Green Tea. Für empfindliche Menschen und Allergiker gibt es Pure Air Zero. Duftstofffrei. Und noch viele mehr. Die Air Bowl und Pure Air. Die Superheldin mit dem Superkonzentrat. Mehr Infos bei Ihrer Provin-Beratung oder auf provin.net.